Der Abpfiff und das Spiel endet 2-0. So haben Sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, Sie haben auch Chancen zugelassen, aber Ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Schießt er hin rein. Das wird einen Eckball geben. Und jetzt der Schuss. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Über die Torauslinie, Ecke. Er zieht ab. Den hält er super. Jetzt müssen Sie aufpassen bei dieser Ecke. Holzhauser. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und wieder ist er auf der Post. Er macht das Tor. Gute Elber. Erschung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt der Freistoß. Ein tolles Tor. Er macht den Freistoß direkt rein.